Fans von Ina Müller lieben die Entertainerin dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und schnackt, was das Zeug hält. Mit ihrem Humor, ihrer Trinkfestigkeit und Ehrlichkeit zieht sie ihre Zuschauer bei Inas Nacht in der Hamburger Kneipe zum Schellfischposten in dem Bann. Doch was steckt hinter der Fassade der Powerfrau? Schon ihre Kindheit hat sie zu der Person gemacht, die sie heute ist. Denn auf dem elterlichen Bauernhof in einem Dörfchen bei Bremen lernte sie früh sich zu behaupten. Wunderweib.de zitierte die heute 56-jährige Ina so Wir mussten richtig malochen, nach der Schule war Arbeit. Hier wuchs sie zusammen mit vier Schwestern auf. Doch ganz nach dem Motto harte Schale, weicher Kern, macht sie auch aus ihrer Dünnhäutigkeit kein Geheimnis und erzählte bereits, dass sie viele Ängste hat. Neulich stand irgendwo Schnodderschnauze. Muss man sich als Frau mit über 50 Jahren immer noch so betiteln lassen? Ich spiele so schöne Konzerte und habe eine professionelle Band. Ich brülle ja nicht die ganze Zeit auf der Bühne herum, erklärte Ina Müller. Kinder hat sie keine. Das war wohl nie ein Thema. Ihre große Liebe ist der Sänger Johannes Oerding. Er begleitete Ina 2011 als Vorgruppe auf ihrer Tour und spielte sich so in das Herz der beliebten Entertainerin. Selbst nach vielen Beziehungsjahren wäscht sie auch heute noch nicht seine Wäsche. Zudem hält sie getrennte Wohnungen für den größten Verlängerungsfaktor des Verliebtseins. Gegen eine Heirat hat sie aber trotzdem nichts. Und wer weiß, vielleicht geht es für Ina Müller und Johannes Oerding ja wirklich bald vor den Traualtar. Ab Januar 2022 geht Ina Müller zudem auf große Tour.